Karl Georg Ludwig Wilhelm Weiprecht war Marineoffizier, Polarforscher und Geophysiker in österreichisch-ungarischen Diensten. Sein bevorzugter Wohnort war Triest. Mit dem Kartografen Julius Peer leitete er von 1872 bis 1874 die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition. Bei der U.A. die arktische Inselgruppe Franz Josef Land entdeckt wurde. Weiprecht forderte 1875 statt zeitweiliger Polarexpeditionen dort auch längere Messreihen zu beginnen. Folgerichtig gründete er 1879 mit Georg von Neumeyer die Internationale Polarkommission, deren Forschungsprojekte 1882 bis 1883 zum ersten internationalen Polarjahr führten. Leben, Herkunft und Schulbildung Am 8. September 1838 wurde Karl Weiprecht in Darmstadt als dritter Sohn des Hofgerichtsadvokaten Ludwig Weiprecht und dessen Ehefrau Marie Mark Allen, Sophie Geb, Hohenschild geboren. Aus gesundheitlichen Gründen ging sein Vater 1842 als Kammerdirektor des Grafen zu Erbach-Schönberg mit der Familie nach König, im heutigen Bad König im Odenwald. Die Kinder wurden zunächst von Privatlehrern unterrichtet. Ab 1852 besuchte Karl Weiprecht das humanistische Gymnasium der Stadt Darmstadt, wechselte aber schon nach einem Jahr auf die höhere Gewerbeschule, aus der die heutige Technische Universität Darmstadt hervorgegangen ist. Militärische Laufbahn Im Alter von 18 Jahren trat Weiprecht 1856 in die österreichisch-ungarische Kriegsmarine ein. 1861 zum Fernrich zur See befördert fuhr er auf der Fregatte Radetzky unter dem Kommando Wilhelm von Tegelthofs, der seine naturwissenschaftlichen Neigungen förderte. 1865 studierte er den Vortrag des Geografen August Petermann, in dieser am 23. Juli auf der Geografenversammlung in Frankfurt am Main gehalten hatte. Petermann hatte ausgeführt, dass eine deutsche Nordfahrt ausgerüstet werden sollte, um in die, wie er annahm, eisfreien Gewässer zwischen Spitzbergen und Novaya Semlia und vielleicht sogar bis zum Nordpol vorzudringen. Weiprecht sagte Petermann seine Unterstützung zu und bot ihm im März 1866 an, eine solche Expedition mit 2000 Talern zu finanzieren und zu leiten. Durch den Ausbruch des Deutschen Kriegs nahm der Plan aber keine konkrete Gestalt an. Weiprecht zeichnete sich in der gegen die italienische Flotte gewonnenen Seeschlacht von Lyssa als Navigations-Offizier auf der Panzerfregatte Drache. Aus anschließend wurde er auf dem Raddampfer Elisabeth nach Mexiko zur Unterstützung Kaiser Maximilians entsandt. Als die Elisabeth 1868 nach Pua zurückkehrte, reiste er zu Petermann, um seine Arktis-Pläne doch noch umzusetzen. Man kam überein, dass Weiprecht ein kleines Schiff an die Ostküste Grönlands führen sollte, um ersten Erfahrungen in der Arktis zu sammeln. Als Weiprecht aber einen Rückfall seiner in der Karibik erworbenen Malaria-Erkrankung erlitt, beauftragte Petermann den Kapitän Karl Koldewey mit der Leitung der ersten deutschen Arktis-Expedition. Erste Arktisfahrt 1869 und 1870 kazierte Weiprecht die östliche Adria-Küste. 1870 wurde er zur wissenschaftlichen Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis vom 22. Dezember nach Tunis abkommandiert. Bereits im Herbst hatte Weiprecht Julius Peier kennengelernt, der gerade von der zweiten deutschen Polarex-Pedition zurückgekehrt war. Die Männer verabredeten eine gemeinsame Erkundungsfahrt in das Gebiet nordöstlich von Spitzbergen für den Sommer 1871. Die genauen Absprachen wurden mit Petermann im Frühjahr 1871 getroffen. Als Geldgeber fungierten einerseits Petermann, der noch über Mittel aus Spendengeldern für die vorangegangenen Expeditionen verfügte, andererseits Graf Hans Wilczek, Kaiser Franz Josef I. und die Frankfurter Geografische Gesellschaft. Die Expedition verließ Tromsow an Bord der Isbjörn am 21. Juni 1871. Die Eisverhältnisse waren in diesem Jahr günstig, und das Schiff erreichte in der Barentssee am 1. September die Position von 78,43 N und 42,30 O bei nur leichtem Treibheiß. Petermann sah die von ihm vertretene Theorie vom eisfreien Nordpolarmeer bestätigt und drängte auf eine weitere Expedition mit einem größeren Schiff. Österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition im Frühjahr 1872 wurde in Wien ein Zentralausschuss zur Förderung der österreichischen Nordpol-Expedition gegründet, der in kurzer Zeit enorme private Mittel einwerben konnte. Wichtigster Förderer war erneut Graf Wilczek. Es wurde beschlossen, dass Weibrecht zur See, Payer aber an Land das Kommando führen sollte. Am 13. Juni lichtete der Schraubendampfer Admiral T. Gethoff in Bremerhaven den Anker. In Tromsow wurde der Eismeister Elling Olaf Karlsson an Bord genommen. Die restliche Mannschaft bestand ausschließlich aus Österreichern verschiedenster Nationalitäten. Am 21. August wurde die Admiral T. Gethoff im Eis eingeschlossen und driftete mit diesem nach Nordwesten. Das Schiff kam auch im Sommer 1873 nicht frei. Am 30. August sichtete man im Norden Land, dem Weibrecht den Namen Kaiser Franz Josef Land gab. Am 1. November 1873 hatte sich das Schiff der Wilczek-Insel so weit genährt, dass die Besatzung an Land gehen konnte. Während Payer im Frühjahr 1874 dk-Sekunden neu entdeckte Land erforschte und am Kapflitsche fast den 82. Breitengrad erreichte, blieb Weibrecht auf dem Schiff. Am 20. Mai gab er die Admiral T. Gethoff auf und führte die Mannschaft unter Mitnahme von Schlitten und Booten nach Süden. Bei Novaya Zemlya begegneten sie russischen Schiffen, die sie zurück nach Norwegen brachten. 1. Internationales Polarjahr 1875 unterbreitete Weibrecht den Vorschlag, die Arktis in internationaler Zusammenarbeit systematisch zu erforschen. Dazu sollten Forschungsstationen rund um den Nordpol errichtet werden. Weibrechts unablässige Arbeit an diesem Projekt führte schließlich dazu, dass der 2. Internationale Meteorologische Kongress 1879 in Rom die Durchführung eines internationalen Polarjahrs beschloss. Weibrecht wurde Mitglied der zunächst von Georg von Neumeyer geleiteten Internationalen Polarkommission, die sich um die Vorbereitung kümmerte. In der Folge wurden von elf Staaten 14 Stationen errichtet, in denen 1882-83. über einen Zeitraum von zwölf Monaten ein abgestimmtes wissenschaftliches Programm durchgeführt wurde. Karl Weibrecht erlebte die Krönung seines Lebenswerks nicht mehr. Er starb am 29. März 1881 in Michilstadt an Lungentuberkulose. Sein Bruder, der Arzt Robert Weibrecht, holte ihn, als er bereits im Sterben lag, in einem Salonwagen des österreichischen Kaisers von Wien zu sich nach Hause. Er wurde am 31. März 1881 neben seinem Vater auf dem Friedhof in König in einem Ehrengrab bestattet. Ehrungen Karl Weibrecht wurde schon zu Lebzeiten vielfach geehrt. Die Royal Geographic Society in London verlieh ihm 1874 ihre Goldmedaille. Piume ernannte ihn zum Ehrenbürger, die Frankfurter Geografische Gesellschaft zum Ehrenmitglied. Weibrecht konnte zwar verhindern, dass Petermann eine Insel Franz Josef Lanz nach ihm benannte. Später erhielten aber dennoch geografische Orte seinen Namen, wie der Weibrechtgletscher auf der Insel Janmeyen, der Weibrechtfjord im Norden Grönlands, die Weibrechtberge in der Ostantaktis und ein Kalb im Osten der Insel Spitzbergen an der Hinlopenstraße. Die Deutsche Gesellschaft für Polarforschung vergibt seit 1967 die Weibrechtmedaille für herausragende wissenschaftliche Leistungen in den Polargebieten. Bad König gewährt Karl Weibrecht ein Ehrengrab. Die örtliche schulformübergreifende integrierte Gesamtschule trägt seinen Namen ebenso wie ein Rundwanderweg des Odenwaldclubs. Nach Karl Weibrecht benannte Straßen gibt es unter anderem in Bad König, Wien, Graz, München, Darmstadt, Michilstadt und Alzey museale Rezeption. Im Marinesaal des Wiener Heeresgeschichtlichen Museums ist die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition im Detail dokumentiert. Zu sehen sind unter anderem zahlreiche Gemälde von Julius Peer, darunter das Monumentalgemälde, nie zurück. In diesem Bild ist jene Situation dargestellt, als der Kommandant des Expeditionsschiffes, Linienschiffsleutnant Karl Weibrecht, die Mannschaft nach dem Verlassen des Schiffes zum Weitermarsch Richtung Süden überredete.